Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Meinst du, kommt mal drauf? Ach du Scheiße! Geh du vor! Nee! Komm, wer weiß, was da drin ist? Warum muss ich da jetzt vorgehen? Meinst du, das ist heute drin? Ladies first ins Tiny House. Und das macht seinen Namen alle Ehre. Ist aber auch Tiny. Ey, aber ist doch muckelig. Also, schon eng, ne? Was weiß ich, wie viel Koradmitte sind das? Zehn? Ja, die Einrichtung ist ein bisschen scheiße. Ich geh hier nicht einmal pipi. Wie? Nicht einmal geh ich hier pipi. Das, das, das... Ey, was ist das denn für die Scheiße? Ja, weiß ich nicht. Egal, wer von uns mal einen Haufen da reinhaut in den Klo, ne? Das wird stinken, glaub ich. Ach du Scheiße! Du kannst das aber sauber machen. Nee, ich geh hier nicht einmal pipi. Ich mag das einfach nicht, wenn ich das Gefühl hab, dass mir jemand beim Pipi machen oder so zuhört. Das ist wirklich nicht schön, ne? Also, dass da gar keine Tür ist. Gewöhnungsbedürftig. Da ist nicht mal Wasser, da ist mit Mülltüte. Nee, wirklich, ja? Alter! Machen wir direkt einen Plan. Zoe macht den als erstes sauber. Haben wir uns gut geeinigt. Wie machen wir das mit dem Schlafen? Ja, es gibt eine Hängematte. Ich schlafe von mir aus in der Hängematte. Bist du damit einverstanden? Ja, ich schlafe mit der Zoe. Du schläfst mit mir, okay? Interessant. Na, mit dir im Bett. Ja. Hast du denn gedacht? Der Zoe ist ja eh nicht viel dran. Die kann sich ans Fußende legen, wenn sie will. Schlafen dürfen wir nur, wenn das Licht aus ist. Jeder Toilettengang wird mit einer Schaufel Sägespäne beendet. Okay, Topf darf nicht auf der Herdplatte stehen bleiben. Aber das interessiert euch wahrscheinlich recht wenig. Boah, da hat die Zoe ja echt viele Arbeit, ne? Kochen, spülen, aufräumen. Ja, danke. Es wird jeden Tag ein Korb mit einer Tagesration in der Abstand. Ja. Sag noch mal. Ja, der eingezäunte Bereich draußen. Ja, du siehst gut aus. Super, ja. Ne? Ja. Das heiße Wasser in der Dusche ist zeitlich auf ca. 2 Minuten pro Person pro Tag begrenzt. Was? Ach du Scheiße. Aber 2 Minuten warmes Wasser, aber 2 Minuten warmes Wasser hat jetzt alle zusammen? Oder hat nur eine Person? Lies doch noch mal. Dann lese ich gleich noch mal. Ja, ich glaube alle zusammen, ne? Ja, das ist scheiße. Die Mikros müssen abends neben dem Haken am Bett, äh, neben dem Bett am Haken rausgehangen werden. Doch, Frau. Hier hört mir doch eh keiner zu. Doch, wir hören dir zu. Du Mikros bist auf den Haken gegangen. Das ist ja fast schon wie zu Hause, Alter. Da hört mir auf. Was ist das? Ach, das ist Seife. Ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht alles so 100% mitgenommen. Wieso? Ich weiß Bescheid. Ich muss kochen, spülen. Ja, jetzt sitzt man erstmal hier. So, hier. In der Holzhütte. Also sogar meine Berghütte ist besser ausgestattet. Ja, da ist ja keine Ausstation. Da ist eine Mülltüte als Klo. Eine Mülltüte als Klo. Ach, das kann ja heiter werden. Ja, das ist richtig. Ja. Heiter, weiter. Heiter, weiter. Ach Gott. Ja. 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 Ja.